Hallo zusammen, bevor ich mit dem eigentlichen Thema loslege, möchte ich mich nochmal bei Eloridas bedanken, der mich in seinem Pokémon Livestream empfohlen hat. Wer von euch Eloridas noch nicht kennt, guckt euch seine Videos an, der Typ ist super. Nachdem ich jetzt die obligatorische Schleichwerbung raus habe, zurück zum Thema. Beim letzten Mal waren wir bei dem Punkt stehen geblieben, wo ich euch gesagt habe, ihr habt jetzt das Knochengerüst und jetzt können wir Fleisch draufpacken. Das Problem bei der Sache ist, ihr wisst jetzt zwar, dass es ein Knochengerüst gibt, aber ihr wisst noch nicht, welche Knochen ihr dafür braucht. Oder, um aus der Metapher rauszugehen, ihr wisst zwar, wie Talentproben funktionieren, aber ihr wisst noch nicht genau, welche Talente ihr braucht, um eure Spielwelt zu bevölkern. Beziehungsweise, ihr habt keine Ahnung, was genau Charaktere können müssen, um in der Spielwelt zu überleben. Um das Ganze etwas zu klären, steigen wir jetzt mal gleich ein mit, ja, ich sag mal, einem kleinen Guide zu Talenten. Als Talent definiere ich in diesem Zusammenhang mal alles, auf das man eine Probe würfeln kann. Das wird zwar im normalen Spiel noch aufgeteilt in Attribute, Talente, Fähigkeiten und was weiß ich noch alles, aber ich nenne es hier mal einfach alles Talente. Egal, wie einfach euer System gehandhabt wird, es gibt immer ein paar Talente, die man standardmäßig braucht. Das wären jetzt aus dem Kopf raus etwa Stärke, damit ihr wisst, wie viel könnt ihr heben, was könnt ihr durch die Gegend schieben. Geschick, wie könnt ihr durch die Gegend springen, wie geschickt seid ihr im Klettern und so weiter. Intelligenz für die Kopfarbeit und Wahrnehmung, damit ihr sehen könnt, wo was herkommt. Das wären so die rudimentärsten Sachen, die man können müsste. Wenn man dann die Spielwelt noch ein bisschen, ja, ich sag mal, ausfleischen will, dann sind solche Standardsachen, wie verschiedene Sprachen, Kampftalente und so weiter, eigentlich noch empfehlenswert. Aber die Grundlagen beschränken sich eigentlich auf Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Wahrnehmung und Sprachen. Diese fünf Sachen reichen für den groben Anfang. Wenn ihr dann etwas weiter seid und mit etwas weiter, meine ich, nicht unbedingt technologisch weiterentwickelt, sondern wenn die Spielwelt komplexer geworden ist, mit verschiedenen sozialen Gruppen, mit Handwerk und so weiter, dann werden sich die Talente etwas weiter auffächern. Das heißt, man wird Sachen, die man früher einfach mit Stärke, Intelligenz und Geschick geklärt hat, in einzelne Untertalente aufteilen. Es wird zwar weiterhin noch Stärke, Geschick und Intelligenzproben geben, aber viele Sachen werden dann aufgeteilt werden. Beispielsweise werden Sachen, die einfach normal mit einer Intelligenzprobe geregelt werden können, in verschiedene Wissenstalente unterteilt. Das heißt, ein Charakter ist logischerweise besser im Rechnen als beispielsweise in Heraldik, wenn er Rechnen gelernt hat, aber keine Ahnung hat von Heraldik, egal wie hoch der Intelligenzwert ist. Ein gutes Beispiel für mögliche Talente ist im Grunde DSA. DSA hat für so gut wie alles ein Talent, was in der mittelalterlichen Welt vorkommen kann. Und, wenn ihr faul seid und schlau seid, was ihr sein solltet, könnt ihr euch einfach die Talente von DSA schnappen, klauen wie die Raben und die Sachen, die ihr braucht, noch mit dazu basteln. Wenn ihr auf eine mittelalterliche Welt spielt, dürfte das nicht viel sein, aber zu DSA komme ich nachher noch. Ich möchte zunächst einmal das Klauen und Ergänzen spezifizieren. Sobald wir unsere Talente aus allen uns möglichen Quellen abgeschrieben haben, das ist keine Schande, es gibt seit Jahrzehnten Pen & Paper und die sind zum Großteil sehr gut ausbalanciert, das heißt, es hat einen Grund, dass diese Talente existieren. Das heißt, nachdem wir unsere Talente abgeschrieben haben aus Dungeons & Dragons, DSA, Pathfinder, Shadowrun oder wo auch immer, können wir diese Talente ergänzen. Wenn wir beispielsweise mal etwas nehmen wie Dungeons & Dragons oder DSA, haben wir eine mittelalterliche Welt und wenn wir diese Talente nutzen wollen für, sagen wir mal, ein Star Trek Rollenspiel, dann wäre es nützlich, einige Talente wie zum Beispiel Alchemie vollkommen rauszukicken und durch andere Talente zu ersetzen. Zum Beispiel, ja, Sachen, die es seit dem Mittelalter neu gibt, wie zum Beispiel Chemie, Elektronik oder natürlich sehr wichtig im Fall von Star Trek, Raumschiffe fliegen oder Traktorstrahler bedienen oder so was in der Richtung. Das heißt, selbst wenn man klaut wie die Raben, kann man immer noch eigene Noten reinbringen, indem man das Ganze logisch anpasst. Nachdem wir jetzt über Talente und wo ihr sie klauen könnt geredet habt, gehen wir mal auf die Struktur von Talenten ein. Mit der Struktur der Talente meine ich genauer gesagt, wie Talente zusammengefasst werden. Wir haben, was die Talentanzahl angeht, im Grunde ein Spektrum vom kleinen Kompaktpaket Savage Worlds bis hin zum Regelmonster Das Schwarze Auge. Savage Worlds hat, wenn ich mich nicht irre, 17, ich glaube 14 Talente sogar nur und kann trotzdem dieselben Spielwelten bespielen wie DSA mit seinen 78 Talenten. Das liegt daran, dass in Savage Worlds viele Sachen zusammengefasst werden, auf einzelne Talente. Was zum Beispiel in Das Schwarze Auge Fahrzeuge fahren, Boote fahren, Schifffahrt und Reiten ist, würde in Savage Worlds mit allem Talent zusammengefasst werden. Und so zieht sich das weiterhin. Es gibt keine großartigen Einzeldisziplinen, sondern große zusammengefasste Disziplinen. Das ist vor allem für Anfänger sehr nützlich und es sorgt trotzdem für tiefe Spielwelten, weil man je nachdem, woher der Spieler kommt, bzw. Spielcharakter kommt und worum es geht, die Proben als Meister erschweren oder vereinfachen kann. Wenn es zum Beispiel um Regionalwissen geht und der Charakter auf Wissen würfelt, aber nicht aus der Region kommt, kann man die Probe erschweren, wenn ein Charakter aus derselben Region die Probe vereinfacht bekommen würde. Dasselbe kann man dann zum Beispiel für Astronomie oder was weiß ich noch alles benutzen. Und wie versprochen gehe ich jetzt noch ein bisschen auf die Talente von DSA ein. DSA hat, wie vorher schon erwähnt, 78 Talente. Diese 78 Talente teilen sich auf in körperliche Talente, gesellschaftliche Talente, Naturtalente, Wissenstalente, Sprach- und Schrifttalente und Handwerkstalente. Und wenn ihr irgendwo abschreiben wollt, schreibt hier ab. Ihr habt hier alles und ich meine alles, was ihr in einer Fantasywelt brauchen könnt. Hier gibt es Talente von Standardsachen wie Akrobatik und Athletik über Sachen wie Magiekunde, Mechanik und Feinmechanik bis hin zu banalen Dingen wie Tanzen, Singen, Zeichnen und Ackerbau. Es gibt im Grunde für alles ein eigenes Talent, sogar Bootsfahren und Schifffahrt sind getrennt. Die einzigen beiden Probleme, die dieses System hat, ist Erstens, jedes Talent beruft sich auf drei Attribute, das heißt man muss drei Würfel würfeln, gegen drei verschiedene Schwierigkeiten und das Ganze ausgleichen. Das heißt, das System ist zwar genau, aber relativ langsam und somit für Einsteiger absolut nicht geeignet. Das zweite Problem ist, es gibt ein Talent für alles, nur Töpfern wird nicht einzeln aufgeführt, zumindest nicht in der Version, die ich habe. Das ist jetzt kein Problem des Systems, aber ich mag Töpfern nun mal als eigenes Talent. Und wenn sogar Sachen wie Kirschnan als eigenes Talent aufgeführt werden und Heilkunde in drei Rubriken aufgeteilt wird, kann man ja wohl noch Töpfern mit reinbringen, oder? Naja, von meinen eigenen Psychosen gehen wir jetzt mal weiter zum Ende. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Es ist im Grunde nur wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr die Talente entsprechend eurer Spielwelt habt, das heißt, ihr braucht keine Talente für Raumschiffe fliegen, wenn ihr in der mittelalterlichen Welt seid. Und umgekehrt braucht ihr natürlich, wenn ihr in einer Science-Fiction-Welt seid, das Talent für Raumschiffe. Selbst wenn eure Listen beim ersten Mal nicht komplett vollständig sind, merkt ihr spätestens beim Probelauf, okay, da wäre jetzt noch dieses Talent nützlich oder jenes Talent. Aber das merkt ihr dann schon selber. Ich würde euch natürlich gerne die Auszüge aus dem DSA-Regelbuch geben, über die Talente, weil da ist wirklich alles, was man irgendwann irgendwo aus irgendwelchen Gründen brauchen könnte. Aber ich kann euch natürlich die PDFs nicht zuschicken oder geben, weil das wäre sehr böse, weil da ist ja Urheberrecht drauf. Allerdings könnt ihr ja mal vielleicht eventuell dem großen roten blinkenden Pfeil folgen, den ihr hoffentlich mittlerweile bemerkt habt. Denn da findet ihr vielleicht etwas Interessantes. Also nach diesem Wink mit dem Zaunfall verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.